Wir sind weiter auf Trendhand auf der PSI. Mein Name ist Melina Lukasek von Cyberware. Aktuell stehe ich hier auf dem Stand von MidOcean. Neben mir steht Herr Achammer. Herr Achammer, welche Neuheiten haben Sie mit auf die Messe gebracht? Ja, zum einen Mal. Hallo und willkommen im Jahr 2019 mit unserem neuen Katalog. Dem Arbeitsbuch mit 430 Seiten, 3000 Artikeln und 300 Neuheiten darin. Zwei Stück habe ich hier mal da. Einen Bluetooth-Lautsprecher. Mushroom, auch von der Form her ähnlich einem Pilz. Getasten an, aus, leise etc. vorwärts, zurückwärts. Dienen auch gleich als Augen mit Saugnopf. Auch für die Kuschkabine. Das wäre die eine technische Möglichkeit oder Neuigkeit, die wir hier vorstellen können. Das zweite Produkt, was ich vorstellen möchte, kommt aus dem ökologischen Bereich. Thema Nachhaltigkeit haben wir hier ein Pflanzenwachstumsset. Drei verschiedene Kräuter, Minze, Petersilie oder Basilikum. Ein Pflanzensubstrat, Nachhaltigkeit ist gefragt. Einfach ein bisschen Wasser dazu. Zusehen, wie es wächst und gedeiht. Das war es von unserer Seite her. Glückwunsch Erfolg. Das war es von unserer Seite her.